Ja und die Befragung von Mark Zuckerberg heute im US-Senat ordnet für uns Jörg Schieb, ein RSWDR-Netzexperte. Herr Schieb, was genau wirft man Zuckerberg und Facebook eigentlich vor? Man wirft ihnen zwei Leidige vor. Einmal, dass es Manipulationen gegeben hat im US-Wahlkampf 2016. Da konnten ja russische Quellen, das hat man ja mittlerweile nachgewiesen, durchaus Anzeigen schalten im Facebook-Netzwerk, die nicht unbedingt für eine Partei Werbung gemacht haben, aber die Stimmung gemacht haben, die also den Finger in die Wunde gelegt haben und so für eine Art Stimmungswechsel auch mit untergesorgt haben in der US-Gesellschaft. Das andere und im Augenblick aktuellere Thema sind natürlich die abgeflossenen Daten von Facebook über diese App, die wir gehört haben an Cambridge Analytica, 87 Millionen Menschen weltweit betroffen, wo nicht nur einzelne Kleinigkeiten von den betroffenen Benutzern weitergegeben wurden an eine Firma außerhalb von Facebook, sondern auch sehr intime Informationen, konkrete Informationen, alles was das Leben betrifft, also ein sehr starkes Profil. 310.000 Deutsche sind betroffen, das haben wir ja auch gehört, obwohl sie eigentlich gar nichts davon wussten, dass sie in irgendeiner Form was mit Cambridge Analytica zu tun haben könnten. All das wird ihm vorgeworfen, sehr konkret. Im Grunde genommen müsste man ihm sehr viel mehr vorwerfen, weil das ja keine Ausnahme war, sondern im Grunde genommen nur ein Fall, den wir sehen konnten. Es gibt sicher sehr viele andere Fälle, wo das ganz ähnlich abgelaufen ist. Was kann man denn da heute erwarten in den USA? Wird Zuckerberg sich konkret äußern? Wird er Zugeständnisse machen? Also Mark Zuckerberg ist jemand, der keine wirkliche Vorstellung davon hat, was es bedeutet, die Daten zu schützen oder überhaupt was für die Gesellschaft zu tun im Übrigen. Denn all das, was passiert ist mit Fake News, mit der Manipulation der US-Wahl durch die Anzeigen aus russischer Quelle bis hin eben jetzt zu diesem Fall. Das ist ihm alles in der Dimension überhaupt gar nicht klar. Er war ja der Erste, der gesagt hat, es ist albern anzunehmen, dass wir was zu tun haben könnten mit dem Ausgang der US-Wahl. Das hat er mittlerweile zurückgenommen, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich verstanden hat. Ich glaube, dass jede Menge Druck im Kongress und im Senat auf ihn ausgeübt wird, aus gutem Grund. Aber das will ja was heißen, wenn ein Land wie die USA, wo Datenschutz keine große Rolle spielt im Grunde genommen, selbst da die Leute aufwachen und sagen, das kann so nicht weitergehen, das muss was passieren. Von daher wird er versuchen, alles zu entschuldigen. Er ist ja auf Entschuldigungstour, aber von einer Entschuldigung haben wir ja nichts. Wir brauchen in der Tat ganz klare Regeln, die bestimmen, welche Daten dürfen überhaupt erhoben werden, welche dürfen gespeichert werden, was darf man mit den Daten alles so anstellen. Da fehlt es ja vollständig, sowohl in den USA als auch bei uns in Europa an Regeln. Und das will er natürlich vermeiden, deswegen versucht er mit Sicherheit eine Menge zu vertuschen und nur so viel zuzugeben und sich dazu entschuldigen, was sich gar nicht leugnen lässt. Was hat Facebook denn eigentlich bisher getan, um Datensicherheit zu gewährleisten? Nicht viel, weil das größte Interesse von Facebook ist natürlich, möglichst viele Daten zu sammeln. Das ist es auch nach wie vor. Da darf man sich ja keine Illusion machen. Es sind zwar immer wieder neue Möglichkeiten bereitgestellt worden, sogenannte Privatsphäre-Einstellungen vorzunehmen, aber hier mal im Detail, dort mal im Detail, überall versteckt auf der Plattform. Und letztlich sorgt es nicht dafür, dass weniger Daten gesammelt werden. Es sorgt hier und da lediglich dafür, dass weniger Daten, die gesammelt wurden, sichtbar werden. Für die Öffentlichkeit, für App-Anbieter. Also so Schritt für Schritt wurde immer ein bisschen was getan. Aber der große Wurf ist das bislang nicht gewesen. Was daran liegt, dass auch keiner den großen Wurf verlangt. Ein demokratischer Senator hat gesagt, dass das grundsätzliche Problem von Facebook dessen Geschäftsmodell sei. Wie ordnen Sie das ein? Hat er da recht? Da hat er absolut recht. Denn es ist ein kommerzielles Unternehmen, das ist ja soweit auch legal, das natürlich versucht, möglichst viel Profit aus dem zu schlagen, was das Geschäft ist. Und das Geschäft ist Daten sammeln und Daten auswerten. Und da wird alles diesem Dogma unterworfen. Das heißt, alles, was machbar ist, was nicht wirklich gesetzlich streng verboten ist, wird auch gemacht, weil ein Unternehmen natürlich möglichst viel Profit machen will. Das ist bei anderen Unternehmen wie Google ja nicht anders. Die sind nur ein bisschen breiter aufgestellt. Aber das Geschäftskonzept ist in der Tat, der User nutzt einen Dienst kostenlos, vermeintlich kostenlos. Also er bezahlt kein Geld dafür, aber er liefert Details über sein Privatleben, über sein Geschäftsleben, über sich, die sehr viel Geld wert sind. Im Grunde genommen müsste Facebook eigentlich die Nutzer bezahlen und nicht umgekehrt. Das wäre, glaube ich, eine fairere Angelegenheit. Dankeschön, Jörg Schieb, für diese Einordnung. Gerne.